Häschen kommt zu Simon Petrus und fragt ihn, Hatte Möhren? Petrus aber sprach, Möhren und Karotten habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir, im Namen Jesu Christi von Nazareth, komm mit und folge ihm nach. Am nächsten Tag kam das Häschen wieder zu Simon Petrus und fragte ihn, Hatte Möhren? Petrus antwortet, Jesus möchte dich zu Menschenfischer machen. Mit ihm kannst du großartige Dinge erleben. Du wirst nie wieder fragen müssen, Hatte Möhren? Komm, lass uns gemeinsam Jesus folgen. Am nächsten Tag fragte das Häschen wieder Simon Petrus, Hatte Möhren? Nachdem Häschen ihn jetzt das dritte Mal nach Möhren gefragt hatte, wurde Petrus sehr traurig, denn er erinnerte sich daran, dass er Jesus dreimal verleugnet hatte. Er drehte sich traurig um, ging weg und sagte, Nur Jesus kann uns helfen. Häschen rief ihn fragend hinterher, Warum hat du das nicht sofort gesagt? Hallo, ich bin Jens der Christ und ich glaube, dass es uns Christen manchmal genauso geht wie Simon Petrus in diesem Witz. Wir versuchen alles mögliche, damit Menschen Jesus nachfolgen, aber sie verstehen es einfach nicht. Erst wenn wir uns darauf besinnen, dass wir auch Sünder sind und die Jesus Hilfe brauchen, können wir es schaffen, Menschen zu überzeugen. Und dann ist es einfacher, als wir dachten.